Hello, mein lieben Freund, willkommen zurück zur Let's Play Super Seek World 4. So, ich hab jetzt endlich rausgefunden, wie hier das Secret Exit geht in diesem Ghost House. Und das interessant ist, ich lag bei meiner... Hä? Wow, was war das denn? Ich lag bei meiner Vermutung gar nicht mal so falsch, also... Das war schon richtig, dass man jetzt zurück muss, aber leider... hab ich ja vergessen, dass man da dann auch den Peace Winch mitnehmen muss. Das, das hab ich missachtet. Und ich bin jetzt wieder zu blöd, um das hier richtig zu machen. So, dann holen wir uns mal Power-Ups. Oh, so. Hallo, geh nochmal raus, danke. Und nochmal. Sorry, Leute, aber das Power-Up holen müsste ertragen, weil... Ihr wisst ja. So. Oh, jetzt probieren wir das mal. Also, ich hoffe wenigstens, dass ich das in diesem Part irgendwie schaffe. Weil sonst wäre das irgendwie blöd. Naja. Wie dem auch sei. Also, wir müssen mit dem Peace Winch zurück und dann den Peace Winch da drücken. Ich glaub, das dürfte logisch sein. Hilfe. Oh, die Feder nehmen wir mal mit. Einfach so. Shit. Shit. Ameno. Fuck. Miau. Stirb. Stirb. Gott, ja, mein bösartigen Geisterring. Warte. Ja, so müsste das funktionieren. Nur ist das ein bisschen schwer, wenn man zurückgeht. So, und hier kann man nämlich durch. Ich wusste, dass man da irgendwo durch kann, aber wo genau ich durch kann, das wusste ich nicht. Und ich war auch so froh, um das herauszufinden, wo er sich jetzt sein Map-16-Edit-Zeug gemacht hat. Achtung, da kommt ne grüne Dingensbums-Shell-Zeug. Hilfe. Okay, dann nehmen wir mal unseren wunderschönen Peace Winch. Kommt an der Nase juckt. Muss mich an der Nase kratzen. Ach Gott. Hallo Geister. Hallo Geisterlaser. Hallo Geisterlaser 2 und das hier drücken. Denn sonst erscheint das Springboard hier nicht, sondern fällt Feuer runter. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt müssen wir aber hier beim Zurückgehen aber ziemlich genau aufpassen. Denn diese Stelle ist ohne Pilz schon ein bisschen mies. So. Und so. Boah. Geschafft. Okay, aber wir haben mal zumindest den Vorteil, dass einige Sprites wegglitschen wegen Sprite-Limitations. Boah. Mein Gott, das war Skill, wie ich unter dem Geist durchgetaucht bin. Ganz ehrlich. Ah, wehe. Hier, du killst mich jetzt, Alter. Oh, hier kann man, wenn man den P-Switch in der anderen Hand kann, kann man ja leider keine Spinjumps machen. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Hier erscheint dann eine Tür. Und in dieser Tür, man glaubt es kaum, diese wunderschönen Lieblingsgeister. Juhu, wir lieben sie doch. Ich checke immer noch nicht, durch welche Geister genau man durchkommt und welche mich verletzen. Also, das verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube, diese zungerausstreckenden Viecher und die anderen Viecher, die verletzen mich. Aber durch die ganz normalen Viecher kann ich durch, oder? Ich weiß es nicht. Ach, auf jeden Fall vorsichtig. Ich wette nicht, ich sterbe jetzt. Das wäre so typisch. Ach, ne, geschafft. So. Ja, endlich geschafft. So. Was das für ein Level ist, weiß ich nicht. Da müssen wir mal reingucken. Auf jeden Fall. Schon wieder ein Secret Exit. Also, Sig, was soll der Mist? Okay, und da kommt ein Viech runter. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Gewesen. Okay. Aber wenigstens haben wir da das Secret Exit jetzt gefunden. Beziehungsweise geschafft. Das ist doch schon mal so ein gewisser Fortschritt, möchte ich mal sagen. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Achso, da kann ein Viech runter. Viech. Achtung, Viech-Alarm und sowas. Was? Du, 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 du. Scheiße. Gott. Ach, Meno. So. Ach, man. Stirb. Hm. Oh, shit. Shitte. Shitte. Stirb. Hm. Jump, jump und... Stirb! Dankeschön. Ich finde das sehr nett von dir, dass du gestorben bist, denn keiner will dich haben. Wah. So. Neo. Okay, haben wir wunderschönes Rankenklettern. Ich weiß nicht, da unten könnte etwas Secret Exit-artiges sein, aber ich... Also, ich gucke mir jetzt mal den anderen Kram an, bevor ich da nachgucke. Soll ich deswegen jetzt echt schon das Ghost ausmachen? Ach, machen wir das einfach. Leute, ihr müsst ja immer sehen, dass ich keinen Bock hab, den Scheiß nochmal zu machen. Von daher müsst ihr da jetzt durch. Ich bin zu vorn, deswegen jetzt einen Schnitt zu machen. Und das dann... Und dann nochmal neu anzufangen aufzunehmen, weil... Ich glaube, die paar Sekunden in einem Geist aus dürfte man immer wieder verkraften können. Äh, okay. Das haben wir dann geschafft. Probieren wir nochmal das wunderschöne Höhlen-Level. Jetzt, wo wir ein Leben haben, können wir aber... Ne, da unten ist nichts. Schade, da hätte durchaus was sein können. Ich meine, Sieg versteckt ja gerne Secret Exits ins Schluchten. Das ist ja schon irgendwie mies, wenn er das macht, aber trotzdem. Ich hab mich da auf frühere Erfahrungen verlassen und dachte, dass da was sein könnte. Aber dem war offenbar nicht so. Ne, auch da könnte was drin sein, aber da gucke ich jetzt lieber mal nicht nach. Praktisch könnte hier in jeder Schlucht was sein, weil... Oder, ne, hier kann man nicht rein. Oder hier oben könnte auch was sein. Hier oben könnte genauso wie in einem einen komischen levelenden P-Switch sein. Warte. Aber da ist anscheinend auch nix. Hm, wo soll hier das komische Secret Exit Mist sein? Weiß ich, da sind Münzen drüber. Ich hab irgendwie... Okay. Hier kommt er jetzt mit Custom-Blocks an, also Eisblöcken. Custom-Blocks konnte er damals offenbar schon und... Boah, das Level kenne ich doch irgendwoher. Das kenne ich doch irgendwie aus der sechsten Welt. Das sieht dem einen verdächtig ähnlich. Möchte ich mal sagen. Okay, da ist nur ne Blume. Hätte ja auch was Interessanteres sein können, man weiß ja nie. Okay. In der Röhre ist nix drin. Ja, und das war's auch schon, aber wo ist jetzt das komische Secret? Ha, Fragen über Fragen. Weiß nicht, im Notfall gucke ich nach, aber ich will jetzt nicht nachgucken müssen. Ja, und wieso gehe ich hier rein? Ach so, ich brauche ne Feder. Ich bin blöd. So, und jetzt nochmal machen. Dann haben wir zumindest das Normal-Exit sicher abgesaved. Ich werde jetzt wohl nach dem Secret suchen müssen. Bleibt mir wohl nix anderes übrig. Speichern und... Ja, und nochmal machen. Und ja, da wir ne Feder haben, können wir jetzt ein bisschen fliegen. Ich hoffe, das nützt uns irgendwas. Das sieht wohl aber eher nicht so aus. Wenn ich mir die Decke hier angucke, da scheint nix zu sein. Okay, aber wo ist dann was? Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo durch ne Wand durchging. Das kann irgendwie nicht sein. So mieses Sieg dann doch nicht hier runter? Nö. Na, ich gucke jetzt in jeder scheiß verdammten Schlucht nach. Weil das irgendwie Orte sind, wo Sieg besonders gerne Secret-Exits versteckt. Besonders. Wenn da keine Hinweise sind über dieser Schlucht. Ich weiß nicht. Hier könnte überall was sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, eigentlich wollte ich da nicht nochmal rein, aber wo wir schon mal dabei sind, okay. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wo das Secret-Exit ist, ehrlich. Und das war das Telefon, falls man es gehört hat. Weiß nicht, aber meine Mutter geht auf jeden Fall ran. Jetzt. Gott. Was ist das? Okay, da ist es gut, dass ich das da drüber geworfen habe. Ansonsten wäre das schlecht. Okay. Hm. Okay, haben wir den Midwaypoint schon. Ich meine, hier könnte wirklich überall was sein. Ich meine, guckt euch das an. Auch im Eisabschnitt könnte in jeder scheiß verdammten Schlucht was sein. Also. Höh. Oder hier könnte auch was sein. Nö. Aber immerhin, ein Versuch ist es wert. Wenn, aua, wenn in keiner scheiß verdammten Schlucht was ist, dann werde ich nachgucken. Dann habe ich keine Böcke mehr. Aber Sig hat ja, hat ja seit langem wieder neue Videos zu seinem Hex hochgeladen auf seinen Channel. Ich glaube, seit zwei oder drei Monaten hat er endlich mal wieder ein Sigwald-Video hochgeladen. Party und hier könnte was sein. Ja! Leute, genau das meine ich. Aber ist es jetzt im Ernst nur für so eine komische Kacken-Nachricht? Na gut, das ist keine Kacken-Nachricht. Aber trotzdem. Ich meine, ich hätte jetzt ein Secret Exit erwartet. Mein Gott, man findet alles mögliche, aber nie das, was man haben will. Ach Leute, das ist doch zu schön. Ich werde jetzt nachgucken und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Hello, people. So. Gut, dass ich nachgeguckt habe, denn in diesem Level kann man den Secret Exit erst holen, wenn man einen grünen Switch hat. Und den haben wir doch nicht. Spoiler. Na gut, nicht wirklich Spoiler. Aber deshalb machen wir jetzt dieses Castle, würde ich mal sagen. So, schön an der Ecke stehen bleiben, also am Rand. Oh, komm. Shit, das war blöd. Das war wirklich blöd. Aber vielleicht kann man noch... Ja, da kann man sich durchmogeln. Also, ich weiß jetzt nicht, wie da siebte Castle ist, denn ich habe da jetzt nicht reingeguckt. Aber auf jeden Fall muss man das vor dem grünen Switch noch schaffen, ja. Der grüne Switch kommt erst extrem spät, aber der grüne Switch ist auch extrem unfair. Muss man dazu sagen. Spoiler? Ja, ich spoiler euch die Hucke zu, ist mir aber wurscht. Ah, achso, da ist ein Seilwehr-Swomp. Hallo. Hallo, Seilwehr-Swomp. Wie geht's denn so? Also, mir geht's gut. Und dir? Naja, aber du bist nicht nett, Seilwehr-Swomp. Du hast mich nämlich gerade eben getötet. Also wollte ich nur mal so angemerkt haben, dass ich keine Leute mag, die mich töten. Ich glaube, das dürfte nachvollziehbar sein. Warte. Hehe. Wenn man vorsichtig spielt, ist das schon um einiges besser und das war blöd. Schon wieder. Ja, also am besten hier oben warten, würde ich mal sagen. Jo, und hier an der Ecke kann man immer noch stehen. Das ist gut. Komm, kommt runter, ihr Viecher. Oh Gott, wenn man einen roten Switch nicht hätte, dann hätte man hier die Arschkarte. Also ich find's auch schön, dass ich, wenn man die Switches mit ein... mit reinbringt in seine Ex. Das machen ja so wenige. Also, naja, die machen einfach nur den Switch rein und fertig. Und ich mach das übrigens auch so. Ich bin so faul. Hahaha. Na ja. Boah. Boah. Mein Gott. Woher soll man wissen, wann und wo genau diese Dinger kommen? Das nächste Ding kommt da. Ich muss erst mal wissen, wann der Feuerball kommt. So, jetzt. Das war die passende Gelegenheit und scheiße. Jetzt kommt das Viech falsch. Aber das siebte Castle muss ich doch zumindest in diesem Part noch schaffen. Ich meine, sonst wäre das doch unmoralisch und ungesetzlich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher muss das jetzt sein. So, komm her. Hahaha. Tja, Leute. Hümpf, hümpf. Achso, das ist das falsche Level. Scheiße, ich bin so blöd. Oh Gott. Komm her. So. Ach. Schade, aber die Bowser-Statue kann man mit der Feder nicht wegmachen. Das finde ich irgendwie ein klein wenig schade. Okay, und hier kommt man nur schwer vorbei, ohne getroffen zu werden. Ja, und ich sterbe sogar. Was soll denn der Mist? Okay, habe ich jetzt... Habe ich jetzt genügend Speicherzeug? Ich weiß es nicht. Wir holen uns mal lieber... Oder nee, ein Pilz reicht mir schon. Pilze sind lustig. Okay, aber was haben wir denn jetzt? Okay. Okay. Wir sind immer noch hier. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir haben irgendwas jetzt nicht abgespeichert. Irgendwelchen Fortschritt oder irgendwie sowas. Tja. Aber wirklich... Aua! Mein Gott! Spring doch mal, du Sack! Was soll denn das? Also manchmal hat Mario wirklich die Macke, der springt nicht, obwohl ich gezielt auf den Knopf drücke. Also warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist manchmal so. Ba! 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 Komm! So. Dann sorgen wir mal lieber dafür, dass dieses Viech über uns hinweg springt. Ich weiß nicht. Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie man diese Stelle machen soll. Weil da sind... Gott scheiße, ich dachte, ich würde es schon schaffen, aber hier kann man sich wohl nur wirklich gut durch, wenn man einmal Schaden kassiert und sich dann da irgendwie durchmogelt. Okay. Das war blöd. Ja, und hier unten stehen zu bleiben ist sowieso ganz blöd. Das wüsste ich doch eigentlich wissen. Ich habe keinen Bock, dass dieser Part schon wieder 30 Stunden lang Überlänge hat. Weil mein Drang, dieses Level zu schaffen, noch in diesem Part sehr groß ist. Okay, vorspulen. Und sich an den... Hallo! Okay. Obwohl, das konnte ich ausnutzen. Da konnte ich einfach jetzt durchrennen. Hat auch seine Vorteile, wenn man von einem Viech da getroffen wird. Okay, hier muss man oben stehen bleiben, sonst hat man ja auch keine Chance. Und das ist die Chance. So. Aber Gott sei Dank kann man da noch am Rand stehen, sonst wäre man auch hier ziemlich am Arsch, um das mal so zu sagen. Okay. Auf diesen Sidewärts-Thwomp war ich beim ersten Mal nicht vorbereitet. Shit. Dann schnell weg hier, bevor das Viech weiterspuckt. Ach. Okay. Können wir das irgendwie ausnutzen? Ach so, da kamen die nächsten Säulen runter. Ich verstehe. Ich erinnere mich. Also Leute, so kurz ist das Level nicht, muss ich wohl leider sagen. Auch wenn das Zeitlimit was anderes sagt. Okay, jetzt ducken wir uns. Dann springt das Viech doch mit Sicherheit über uns hinweg. Meine ich doch. Oh doch, man kann da doch ganz bequem durch, ohne irgendwie einen Hit abzukriegen. Das geht. Man muss nur wissen, wie. Okay, und das war blöd. Ah, diese Disco-Ghulen, die sind extrem mies platziert. Die nerven einfach. So. Komm her. Okay, diese Stelle ist auch ein klein wenig mies. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich mit dieser Stelle ist ein klein wenig mies. Also, dieses Level ist nicht angenehm. Möchte ich mal betonen. Oh, komm her. Oh, Menno! Oh, wieso tötest du mich immer? Ich wollte nur, dass du über mich hinweg springst, du komische Scheiß-Statue. Ach, Menno. Boah, das war knapp. Oh Mann, geht doch mal hoch! Wieso geht der da nicht hoch? Ich verstehe das nicht. Na gut, dann probieren wir es mal mit einer anderen Power-Up-Kombi. Zwei Blumen. Okay. Okay. Es gibt schwierige Level neben Power-Ups, einem nicht viel weiterhelfen. Das ist das Problem. Okay, und noch ein. Noch eins. Ja, Leute. Jeder Part hat jetzt Überlänge. Aber wenn ich ein Level anfange, dann möchte ich das auch schaffen. Und das... Und diesen Ehrgeiz habe ich halt. Und damit müsst ihr halt mit leben. Shit. Gott. Nein, 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 Pilz, verpiss dich. Keiner will dich. Pilze sind scheiße. Naja, nicht wirklich, aber wenn man Blumen oder Federn hat, sind Pilze schon scheiße. Okay, dann lass mich mal genau untersuchen. Okay, jetzt macht das Fiege keinen Schaden. Okay. Shit. Aber war ein Versuch wert, immerhin. Okay, jetzt habe ich nur noch die Blume. Okay, hoch mit dir. Und wow, ich wollte gerade sagen, das ist der richtige Moment. Oh, scheiße. Mein Gott, das meine ich mit Power-Ups nützen einem da nichts in diesem Level. Also das ist schon wieder so ein Dreckslevel. Ich hasse Layer 2. Ich habe Layer 2 noch nie gemocht und hasse das jetzt immer noch. Vor allem wegen so Mist hier. Ich meine, ich glaube, Corman-Hacker benutzt Layer 2 so häufig wie Sig. Obwohl, auch wenn ich Layer 2 nicht mag, finde ich das eigentlich nicht schlecht, weil das ja Abwechslung und sowas ist. Aber da kommt man irgendwie kaum durch, durch diese Stelle. Ach, das ist einfach nur ätzend. Das ist Level. Ich meine, ich schaffe Second Reality Project ohne Save States. Von daher müssten wir glauben, dass das nicht so einfach ist. Okay, und da habe ich einfach geschlafen. Ach. Ich habe einen Cold Ghost Tower in the Second Reality Project ohne Save States geschafft, wo Rauker meinte, das ist eines der schwierigsten Level im Hack. Und wenn ich das schaffe, dann müsste ich doch zumindest ein bisschen Skill haben. Nach diesem Prinzip bewerte ich die Schwierigkeit dieses Levels. Und das Level ist echt nicht so angenehm schwer. Ich glaube, da kommt keiner so gut, keiner beim ersten Versuch wirklich durch. Und wenn doch, der hat einfach nur Glück. Oder vielleicht bin ich auch nur zu unachtsam, was Layer 2 angeht. Und mag das deshalb nicht. Wer weiß. Gott, und auf Seite der Swamp bin ich irgendwie nie vorbereitet. Weiß nicht. Okay, Pilze haben wir geholt und... Was kam denn jetzt nochmal? Also, hier kommen das schnelle Layer 2, die schnellen Layer 2 schwalzen und da... Ja, dass da ein Viech kommt, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Also, das sieht man einfach nicht und das ist halt blöd. Das ist blöde an der ganzen Sache. Okay, richtiger Moment. Okay, also das Feuer hat mich getötet, ich weiß. Okay, dann warten wir mal, bis das Feuer weg ist. Boah, oh, das war knapp. Sowas Knappes habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Mein Gott, Sig, was hast du für Drogen genommen, als du dieses Level erstellt hast? Also, das sieht mir echt nach asozialer Scheiße aus. Jetzt mal im Ernst. Also, es gibt da einige Stellen, die man kaum wirklich gut durchkommt, ohne Power-Ups zu verlieren. Muss man an dieser Stelle schon mal sagen. So. Ja, die Statue kann über einen rüberspringen, aber das ist schon die erste der sogenannten miesen Stellen. Ich habe esislang nur einmal geschafft, da durchzukommen, ohne Power-Up abzulosen. Ohne Witz. Also, meine, genügend Power-Ups gibt es hier schon, aber man verliert die Power-Ups gleich wieder. Innerhalb Sekunden Bruchteile. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Okay. Hallo, Seitwärts. Och, scheiße. Ja, genau. Ich hasse auch diese Seitwärts-Thorms. Die kann ich auch gar nicht ab. Genauso wenig wie denn der J2-Shit. Da. Im absoluten Notfall. Ich werde das Level schaffen, selbst wenn der Part an eine Stunde geht. Irgendwann muss man das ja mal irgendwie schaffen, weil... Ich habe echt keinen Bock, ein Level anzufangen und dann mit einem Part ab aufzuhören und dann sagen, öh, machen wir am nächsten. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. So, geschafft. So, wir haben bis hier noch das Power-Up behalten. Das sieht man auch nicht als so häufig. Auch wenn ich jetzt unvorsichtig war und diese Walze mich hätte töten können jetzt. Okay. Scheiße. Warte, ich glaube, das ist ein Bock, der einem immer einen Pilz gibt. Ja, genau. Und das war blöd. Scheiße, jetzt kriege ich noch nicht mal den scheiß Pilz. Was soll das? Ah. Das heißt, ich muss bei dieser einen Stelle mit dieser schnellen Layer 2 Walze aufpassen. Ja, jetzt weiß ich, dass da ein Teil ist. Also, im Ernst, das hätte man rausnehmen müssen. Okay. Shit. Da waren diese zwei scheiß Podobos. Meine, wie kann man denen jetzt wirklich ausweichen? Okay. Ausgewichen. Nö, scheiße. Mein Gott, spring nochmal höher, du Sack. Höher springen. Maria hat noch nie was von hochspringen gehört. Nämlich mal an. Ach, Leute. Das Level hätte gut in das Second Reality Project reingepasst. Also vom Gemeinheitsgrad her. Obwohl, das ist ja auch in der letzten Welt. Muss man ja auch sagen. Denn in der letzten Welt sind die Level halt nie es. Und Sick ist halt ein Hacker, der das mit dem Schwierigkeitsgrad sehr gut hinkriegt, finde ich. Shit. Ja, genau das meine ich. Da kommt man kaum durch, weil die Viecher alle im falschen Moment kommen. Also, die kommen wirklich alle im falschen Moment. So. So. Hm. Okay. Komm her. Bowser-Statue. Und stirb. Okay, was ist denn hier die beste Taktik, um da wirklich sauber durchzukommen? Ich meine, wir haben hier drei, wir haben hier vier Viecher eigentlich. Die beiden Disco-Coolen sind Swamp. Und ja, genau so kann man da auch durchkommen. Ich verstehe. Boah, boah, das war knapp. Scheiße. Ich will dieses scheiß Level doch endlich mal schaffen. Na. Okay, hier kann ich doch schon mal hin. Schade. So. Das ist das gleiche wie eben, nur ohne Swamp halt. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, und hier den Pilz zu behalten ist auch schwer. Und mein Gott, wieso fällt es jetzt in die scheiß Lava? Ich habe doch gar nicht dahin gelenkt. Ah, Mario, du bist zum Kotzen. Mach doch mal das, was ich dir sage, per Tastatur. Also ich befehle dir etwas per Tastatur und du hältst es nicht ein. Warum nicht? Also ich habe den mit Sicherheit nicht in die Lava gelenkt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Okay. Möglichst Frühruf springen. Das ist die beste Variante, weil dann das Feuerviech noch nicht am spucken ist. Aber ich glaube, diese eine Stelle beherrsche ich jetzt allmählich. Lass ich nur daran arbeiten, den Pilz und Co. weiter zu behalten. Ups, Schaffter sollte ich lieber warten, weil das ist schon relativ knapp. Okay, aber ich muss das hier wirklich irgendwie schaffen. Ja, aber dann rast der Pilz da durch. Oh mein Gott, kannst du nicht mal runterfallen, du scheiß Knochen-Trocken. Der Knochen-Trocken nervt da auch extremst. Ah, Schafft. Mein Gott, wetten, ich verreck da gleich wieder. In dieser Stelle am Ende. Die Stelle am Ende ist auch nochmal scheiße. Ja, genau die hier. Okay, einen der Feuerbälle kann man auf jeden Fall schon mal so abhängen. Ja, das war klar, dass Mario da reinrennt und es so blöd ist, um da vorher nochmal zu springen. Ach, ihr seht schon, das Level ist scheiße. Wie lange hänge ich da jetzt denn schon dran? Also, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, immer nur immer weit zu kommen und dann immer an denselben blöden Stellen zu verrecken. Nö. Da hab ich echt keinen Bock. Wetten, da klauten wir das jetzt, das wär so typisch. Nö. Okay, festhalten, ganz am Anfang springen, dann sind die Fallen noch nicht so ausgeprägt an dieser Stelle. Warte, und jetzt, so. Okay, jetzt brauch ich ja den zweiten Pilz ja nicht. Scheiße, mein Gott, Mario, wieso springst du denn nicht? Ich find das doch doof. Aber jetzt nerven die scheiß Knochen trocken einen ab. Wetten? Nö. Diesmal verliere ich das Ding nicht, aber... Ist nur ne Frage der Zeit, bis ich das verliere. Aber jetzt hab ich eine kleine Chance, weil ich noch einen Pilz hab. Okay, so weit, so gut. Alles nach Plan. Okay, die Slowdowns helfen einem auch nicht mehr viel. Weil das hier so scheiße ist. Okay, geschafft, endlich. Okay, das ist nur ein stinknormaler Ludwig-Boss. Mit dem kann man umgehen. Okay. Naja, für manche Level brauch ich jetzt zwar ein bisschen, aber schaffen tue ich die alle so. Wehe, du springst, wer jetzt... Mein Gott, das nervt an diesem Boss. Wenn der aus dem Screen rausspringt, dann kann man den nicht auf die Birne hauen. Und Nintendo war zu schlampig, um das so richtig zu programmieren, sodass er nicht aus dem Bildschirm rausspringt. Okay. Zweiter Hit. Der dritte folgt zugleich. Bäm, ab auf die Birne und stirb. Endlich, nach 28 Minuten ist das scheiß Level geschafft. Gut. Okay, hier machen wir am nächsten Mal weiter. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.